Das ist die Urugenschaft. Wir haben hier gerade ein bisschen Süßigkeiten bekommen dafür, dass wir hier über diesen Laden berichten. Das markiere ich an dieser Stelle als Affiliate-Video. Damn! So, wir sind jetzt hier bei, wie heißt der Laden? Candy Lava. Bei Candy Lava und das ist ein neues Laden hier in Bielefeld. Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, machen wir am Komponente auch. Da ist zwei Monate dabei. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass viele Bielefelder vorbeikommen in der kurzfristigen Zukunft und... ...dann werden wir so ein bisschen Süßigkeiten haben. Ähm, das ist ja wie Bestechung. Ja? Das ist ja wie Bestechung. Ja, okay, gerne. Ich bekomme jetzt hier so eine Tüte. Wow! Guckt euch diese Süßigkeit an. Richtig cool. Kommt hier hin, hier gibt es die größte Auswahl in Bielefeld, würde ich sagen. Und am Wochenende geht es auch auf, am Samstag. Genial. Let's go. Ich kommt hier mit. Auf geht's. Untertitelung des ZDF, 2020